Dating am Film Sid, bei diesen Stars hat und traut die X27-Semikolon es Backstage gefunkt. Liebe am Arbeitsplatz, das kennen auch die Hollywood-Stars. Bei monatelangen Dreharbeiten funkt es nicht selten am Set zwischen Co-Stars. Ob bei Serien wie Vampire Diaries, bei der Nina Dobrev, 28, und Ian Somerhalde, 39, drei Jahre lang noch abseits der Kameras unzertrennlich waren oder bei Kinoproduktionen, die das wohl berühmteste Traumpaar Brad Pitt, 54, und Annelina Jolie, 42, alias Brangelina hervorbrachten. Die Liste der Turteltauben, die während der Arbeit zueinander fanden, ist lang, keinen haute es angesichts seiner Kolleginnen allerdings so häufig aus den Socken wie Rönn Gosling, 37. Er datete erst Sandra Bullock, 53, und Rachel Nkadams, 39, bevor er seine Traumfrau Eva Mendes, 43, fand, mit der er heute zwei Kinder hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017